Es funktioniert nichts! Oh, Genie! Tut uns leid, Genie 2.0, bring uns nach Hause, bitte! Bitte, bitte! Meinetwegen, aber erst wenn ihr euch entschuldigt habt. Basierend auf dem Erlebten würde ich sagen, dass du einen zu starken Persönlichkeitschip eingebaut hast. Ungefähr 10,3 Mal zu stark. Ich muss ihn gleich zu Hause überschreiben. Hey, worüber redet ihr? Genie 2.0 fühlt sich gerade ausgeschlossen. Äh, gar nichts, nur über den Wettbewerb. Polly, was ist dein Projekt? Oh, du solltest unbedingt was zum Thema Schrumpfen machen. Der erste Platz wäre dir damit sicher. Wissenschaftswettbewerb. Es geht um Wissenschaft und nicht um Medaillons. Ich meine ja nur, sie ist die Königin des Hosentaschenformats. Das war wirklich lustig, oder Mädels? Ja, sehr lustig. Ach, übrigens, ich könnte eine Reinigung vertragen. Ich stinke fürchterlich. Okay, klar. Und gleich dazu einen Ölwechsel. Wenn schon, denn schon. Auweia. Wenn ich so darüber nachdenke, eine Glanzpolitu wäre auch schön. Man kann nie genug strahlen, wenn man durch die Wolken streift. Hi, Mama. Bye, Mama. Wow. Soll das der Entwurf für einen Satelliten sein? Genau, Shani. Ich hab bald eine große Präsentation. Aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Ich baue für mein Wissenschaftsprojekt eine Rakete. Und da Sie ja Raumfahrtingenieuren sind... Dann lass mich doch mal sehen, Shani. Sie wird mit Biokraftstoff angetrieben. Was halten Sie von ihr? Die Spitze ist perfekt, um auf Fluchtgeschwindigkeit zu kommen. Du brauchst aber noch Finnen zur Stabilisation, okay? Danke für den Tipp, Mrs. Pocket. Ich werde ihn beherzigen und dann weiter testen. Das letzte Mädchen, das ich kenne, das sich so für Raketen begeistert hat, war... Ich. Ich dachte, wir machen Hausaufgaben. Gärtnerst du etwa? Das ist mein Wissenschaftsprojekt. Ich hab Bohnenpflanzen in Regenbogenfarben gezüchtet. Regenbogen? Uh, echt angesagter Look. Natürlich nicht ganz so angesagt wie mein Projekt. Ich mach komplett auf Vintage. Hase läuft durch Labyrinth. Wirklich? Wie hast du Bonita das denn beigebracht? Gar nicht. Daher lautet meine Hypothese auch, dass sie nicht durchs Labyrinth laufen wird. Einfach und elegant. Finde ich gut. Was ist daran wissenschaftlich? Ah, nein! Peaches! Du kriegst nachher die doppelte Portion, Peachy-Lein. Kleiner Rückschlag. Versuchen wir's nochmal. Aber das ist viel zu gefährlich. Shani hat recht. Was, wenn Peaches sich nicht hätte retten können? Dann wären jetzt schlimme Grasflecken auf deiner schönen Hose. Und sogar noch schlimmere Verletzungen. Egal wie viele Videos ich mir ansehe, mein McTwist ist immer ein McFlop. Vielleicht ist es Zeit für einen IRL-Lehrer. Idealer rumänischer Luftikus-Lehrer? Mega! Meiner Meinung nach ist das die Luftikus-Siehste Art. IRL. Ein Lehrer im richtigen Leben. Das ist sicher der beste Weg. Aber es gibt nur eine Person, die ich kenn, die den Move tatsächlich beherrscht. Dein Bruder kann den McTwist. Aber er kann nicht mit geschlossenem Mund kauen. Er kann nichts außer skaten. Und er ist immer sehr zugänglich, wenn er gerade gefuttert hat. Also ist das perfekt. Hey, Pierce! Ähm, weißt du, ich bin in letzter Zeit viel Skateboard gefahren. Aha. Doch irgendwie funktioniert es nicht mit dem McTwist. Der McTwist? Das ist der coolste! Es ist so. Du musst dich sicher fühlen, Logo. Aber dann geht es nur noch um den Schwung. Deine Beine sind... Tja... Meine Beine sind was? Was? Weißt du was? Dafür bist du noch nicht so weit, Polly. Und Skateboarden ist mein Ding, nicht deins. Oh, Pierce! Wieso muss er die blöder Großer Bruderkarte rausholen? Ehrlich gesagt denke ich, dass hier was nicht stimmt. Denn er hat nicht das ganze Baguette gegessen. Das ist sehr seltsam. Sollten wir nicht. Er ist mit dem Skateboard los. Sollen wir? Ja! Aha. Er hat also keine Zeit, mir das beizubringen. Doch offensichtlich alle Zeit der Welt für diese Jungs. Sollen wir... Das weißt du doch. Und groß! Und dann habe ich gesagt, das sind keine Donuts. Das sind meine Räder, Alter. Pierce! Oh, oh. Aha. Entsetzlich, dass ich diese Jungpflanzen-Uniform das ganze Wochenende tragen muss. Grund Nummer 37, warum wir im Camp endlich das Cupcake-Level erreichen müssen. Dann gibt's violette Uniform. Uh, violett steht mir ausgesprochen. Gut, das sagt ja schon mein Name. Wisst ihr? Nein? Violett? Liederfarben? Oder ganz einfach lila, also Leila? Auch egal. Ist das Ding an? Wir müssen nur alle Jungpflanzen-Abzeichen kriegen. Und uns vom Perlenfräulein fernhalten. Wenn's dafür ein Abzeichen gäbe, sich von etwas fernzuhalten, was gar nicht existiert, ist super einfach. Genie? Glaubst du an Geister? Ich habe noch keinen Beweis für ihre Existenz gefunden. Meine Cousine Tori hat das Perlenfräulein letztes Jahr im Mädchencamp gesehen. Sie hat's gesehen? Oh, sie hat so viel Stil. Wenn sie an Geister glaubt, tue ich das auch. Ich freue mich schon auf die ganze Woche. Was? Ich habe nur das Nötigste mit. Drei Shampoos, vier Conditioner, sechs Duschgele. Pass auf. Genie? Wie viel Shampoo braucht Lila dieses Wochenende? Gar keins. Im Mädchencamp sind keine Duschen vorhanden. Das ist für meine Haare die Vollkatastrophe. Zum Glück habe ich Föhn und Lockenstab dabei. Ach so, und keinen Strom. Ah! Das war's. Ich bin raus. Du kannst nicht gehen. Das Mannschaftsmotto lautet, alle zusammen. Wir können dich nicht zurücklassen. Tori! Hey, Shani. Wie geht's dir denn? Super. Mit der einzigen Ausnahme, dass Polly nicht an das Perlenfräulein glaubt. Du hast es doch gesehen, stimmt's? Ja. Und soll ich dir sagen, wie ich das gemacht habe? Aber dieses Wissen ist nur den mutigsten Mädchen vorbehalten. Ich bin mutig. Meistens. Ich würde das wirklich nicht jedem sagen. Aber da wir Cousinen sind, hier drauf stehen die Lieblingsdinge des Perlenfräuleins. Ihr müsst die alle sammeln und bei Vollmunds... Ich würde das nicht sagen, wie ich die Lieblingsdinge des Perlenfräulein glaubt. Das war toll, Polly. Du wirst sehen, das ist gar nicht schwer. Ich habe mich eben sehr in die Rolle eingefühlt. Sieht ganz so aus, als wäre hier jemand müde. Aber es ist noch gar nicht dunkel. Oh oh, To-Do-Alarm. Seht ihr, ich muss noch lernen. Du kannst doch am Wochenende lernen. Aber mein Wochenende ist schon mega super voll. Kann ich nicht einfach zu Peanuts Pitstop gehen und noch ein bisschen mit Shani und Layla lernen? Bitte. Ist das Spiel bald mal vorbei? Wir müssen jetzt wirklich anfangen zu lernen. Ein Dutzend? Okay, mache ich. Ein Dutzend? Ja, okay, wiederhören. Hey, Peanut. Ist alles okay? Nein, letzte Woche habe ich dieses Rezept erfunden. Die allerbesten Cupcakes der Welt. Probier mal. Das ist unglaublich lecker. Das ist unglaublich. Oh, so gut. Ich weiß. Aber Peanut, ist das denn nicht gut so? Gut? Diese Cupcakes sind so gut, dass die Bestellungen durch die Decke gehen. Ich kann das nicht mehr schaffen. Dein Bruder ist mir eine super Hilfe bei den Lieferungen, aber dennoch habe ich seit Tagen nicht geschlafen. Und schon wieder eine Bestellung. Entschuldigt mich. Sag's einfach ganz direkt. Wie viele Dutzend für heute Abend? Oh, armer Peanut. Laut Schlafwissenschaft befindet er sich im Zustand ohne Schlaf und ohne Gehirn. Ja, echt der Hammer. Denkt ihr, er macht für uns noch ein Dutzend? Peanut braucht nicht mehr Bestellungen. Er braucht unsere Hilfe. Seht? Peanut helfen steht jetzt offiziell auf meiner To-Do-Liste. Eine weitere Chance, die Welt zu verbessern. Peanut, wir werden dir... ...ein Dutzend. Ja, okay, bye. Bye.